Puh, habe ich ihn erwischt. Hallo und willkommen bei Tiny Tommy. Heute möchte ich euch mal von der Firma Kinex Pflanzen gegen Zombies vorstellen. Mal gucken, ob dieses Spiel-Set was taugt. Seid gespannt. Sieht es nicht einfach niedlich aus? So Freunde, ich habe euch den langweiligen Teil schon mal erspart. Wir müssen gleich versuchen, diese vier Zombies aufzuhalten mit diesen zwei Kanonen. Hier vorne befindet sich ein kleiner Kippschalter. Es gibt zwei Geschwindigkeiten. Einmal schnell und einmal langsam. Und wir müssen gleich versuchen, die Zombies abzuschießen. Und los geht's. Ja! 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 Hab ich dich! Socken! So Freunde, das war's denn auch schon wieder für heute. Mein kleines Fazit am Ende ist, von der Figurengestaltung her finde ich das ganz nett. Bloß das Einzige, was mich stört, ist, dass die Figuren nicht so gut auf den Podesten halten. Aber egal, wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder, wenn es heißt... Tommy Tommy!